Starker Schneefall in Barcelona Statt auf der Rennstrecke wichtige Erkenntnisse für die nächste Saison zu gewinnen, sind die Teams der Formel 1 zum Warten gezwungen. Sebastian Vettel kann bislang trotzdem zufrieden sein. Wetter Capriolen haben den Formel 1 Teams am dritten Tag der Testfahrten zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen anhaltend starkem Schneefalls war der Circuit de Catalonia vor den Toren Barcelonas beim geplanten Start um 9 Uhr nicht befahrbar. Wann die Einheit beginnen soll, ließen die Offiziellen zunächst offen. Laut Prognosen soll der Schnee noch im Verlauf des Vormittags in Regen übergehen. Aber auch leichte Plusgrade und Nässe wären nicht ideal für die 10 Teams, die bereits am Montag und Dienstag wegen der ungewohnt kühlen Witterung nicht die erhofften Erkenntnisse mit der neuen Bulletin gewinnen konnten. Der Raut des Nomen meets one of his biggest fans.